Geh aufs Ganze! Die Spielschau mit Jan Dreger! Die Spielschau mit Jan Dreger! Dankeschön! Herzlich willkommen zu Hause und im Studio! So! Geht, ne? Ja, ne? Kann man tragen! So! Dieter, ganz schnell zu mir! Ja, ja, guck mal! Erst klatscht und dann kommt er nicht! Hallo Dieter! Wir gehen hier runter! Ich geb Ihnen noch jemand dazu! Ich geb Ihnen noch jemand dazu! Sigrid? Sigrid, ne? Sigrid, haben wir beide gleichzeitig geguckt! Sigrid! Herzlich willkommen! Bitte hinter diesen Tresen! Sigrid, ich darf in die Mitte gehen! Ich schieb's so ein bisschen! So, ganz schnell nur zu den Spielregeln von Zonkopoli! Es ist das beinharteste Spiel, das wir kennen! Und deswegen haben wir die beinharte Sigrid und den beinharten Titel ausgesucht! Weil, egal was Sie gewinnen, gilt auch nachher für alle anderen, egal was Sie gewinnen, Sie haben es noch nicht! Sie müssen dann eine Ereigniskarte ziehen und die erst entscheidet, ob Ihnen der Preis gehört oder nicht! Es geht los! Wir haben hier, das sind die letzten Schätze aus Tausend und einer Nacht! Und Sie müssen jetzt, um es zum Leben zu erwecken, mit der Hand rüberfahren! Ganz leise! Machen Sie mal! Ganz leise! Und so ein bisschen in der Hüfte wiegen! Ein bisschen in der Hüfte wiegen! So! Und Sie gehen bitte so ran und versuchen den Duft zu erhaschen! Machen Sie mal so ein bisschen! Ja! So ist gut! So ist schön! Ihr seid wunderbar! Vielen Dank! So! Wir lüften das Geheimnis! Ein Schächtelchen! Und noch ein Schächtelchen, Sigrid! So! Ihr hättet euch, ihr hättet natürlich jetzt nicht den Nerv, ihr hättet euch sehen sollen! Es war traumhaft! Wenn hier drin ein Schlüssel ist, es kann sein, dass in keiner Schachtel ein Schlüssel ist, es kann sein, dass zwei Schlüssel drin sind, es kann sein, dass kein Schlüssel drin ist! Aber wenn ein Schlüssel drin ist, gehört er zu Tor 3! Bitte auf! Da würde selbst Peter Funder neidisch! Die Yamaha XV 250 sieht aus wie eine große und bietet allen Komfort, den echte Shopperfreaks heute erwarten! Rund 17 PS reichen vollkommen aus, um versicherungsgünstig über die Runden zu kommen! Viel Spaß! Der Wert 7.350 DM! Dieter, wir beide fangen an! Wenn Ihnen, gilt auch gleich für Sie, Sigrid, das Risiko jetzt zu groß ist, hätt ich so was Kleines noch für Sie in der Pyramide! Sie können aussteigen aus dem Spiel! Nein! Ehrlich nicht? Schauen Sie sich mal dieses Glitzern an bei Sigrid! Schauen Sie sich das mal an! Die hat den Schlüssel schon so gut wie sicher! Sie können aussteigen, Dieter! Ich steig nicht aus! Sie steigen nicht aus! Pyramide, bitte auf! Dieses Küchenset von Krupps wäre bestimmt ganz nach Ihrem Geschmack gewesen! Das Elektromesser Special Duo und die perfekte Ergänzung zur Mikrowelle Kombi Komfort Air! Ihnen entgeht eine tolle Kombination im Wert von 1049 DM! Sigrid, wenn Dieter so sicher ist und die Pyramide nicht genommen hat, kann es ja nur heißen, er hat hier, als er so gemacht hat, er hat was gefühlt, da ist der Schlüssel drin! Wenn jetzt aber nur ein Schlüssel drin ist, ist hier kein Schlüssel drin! Und wenn hier kein Schlüssel drin ist, haben Sie das Motorrad nicht! Und wenn Sie das Motorrad nicht haben, sollten Sie wenigstens den Koffer nehmen und aufhören! Nein! Ehrlich nicht? Ich gebe Ihnen 1000 Mark, wenn Sie aufhören! Nein! Sigrid, Dankeschön! Koffer bitte auf! Den Sie nicht hat! Oh, das ist so schade! Mit dem Eltertronic Musikcenter 2618 hätten Sie ganz schön auf die Pauke hauen können! Mit CD-Player, Doppeltape und allem drum und dran verzichten Sie auf einen Wert von 500 DM! So, jetzt kaufe ich Ihnen das Kästchen ab für 1200 Mark! Nein! Nein! Wo ist die Schmerzgrenze ungefähr? Kann noch was dauern! Kann noch was dauern! Also, wenn es noch was dauern kann, also 1650, 17, 1750, 18, 1850, 19, 1950, 2000! Nein! Ehrlich nicht? Für 2000 können Sie das Motorrad ja fast selbst kaufen! Nein! Ne? Gut! Dann machen wir jetzt erstmal Dieter! Kommen Sie ein bisschen näher Dieter! Wir machen jetzt erstmal das Schächtelchen für Sigrid auf! Und da ist kein Schlüssel drin, da ist ein Umschlag drin! Sigrid, den nehmen Sie jetzt bitte in die Hand! Sie öffnen ihn nicht! Ab und zu, sollten Sie mal, das hilft nachher, Sie werden es hier einfach mal so machen! Um das Geheimnis des Umschlags zu erraten! Nicht reinschauen! Sich bitte hinsetzen und warten, warten, warten! Bis ich wiederkomme! Sigrid, danke erstmal! Und Dieter, ist er drin oder ist er nicht drin? Ich war bei Sigrid bei 2000, Ihnen gebe ich die Hälfte, 1000 Mark, wenn Sie mir Ihre Schachtel verkaufen! Na, ich bleibe bei der Schachtel! Sie bleiben bei der Schachtel! Ich könnte Ihnen natürlich Folgendes sagen, wenn Sie jetzt die 1000 Mark nehmen, dann haben Sie die so gut wie sicher! Schachtel ist noch volles Risiko! Volles Risiko! Volles Risiko! Schachtel auf! Schlüssel drin! Jetzt aber! Dieter! Ja! Das kann man so oft sagen am Anfang, aber man begreift es erst wirklich dann, wenn die Karten auf dem Tisch liegen! Eine Karte Ihrer Wahl! Die vier! Die vier! Die vier! Die vier! Die vier! Schauen Sie mal so ein bisschen da schon mal Ihr Motorrad an! Die vier! Dieter! Sie stellen sich neben mich, schließen bitte die Augen! Sie verraten mich nicht zu Hause und Sie bitte auch im Studio! Keine Reaktion! Keine Reaktion! Und nicht gucken! Augen schließen! So, Dieter! Und jetzt kaufe ich Ihnen die Karte für 1000 Mark ab! Nein! Vielen Dank! Das Motorrad gehört Ihnen, Dieter! Herzlichen Glückwunsch! Dieter! Viel Spaß am Motorrad! Danke fürs Mitspielen! Bis gleich! Wiskas! Na endlich! Das ist der Augenblick, auf den sich Katzen jeden Tag freuen! Denn über Geschmack lässt sich nicht streiten! Wiskas muss es sein! Denn in Wiskas ist alles drin, was sie brauchen! In so vielen leckeren Sorten! Und jede schmeckt so gut, da bleibt kein bisschen übrig! Jetzt alles über Katzen auf jeder großen Wiskasdose! Katzen würden Wiskas kaufen! Was ist weiß? Und schützt vor KWS? Der Durchschnittsbürger trinkt vier Tassen Kaffee am Tag, laut Statistik! Zum Wachwerden? Niemand zwei! Im Büro, nach dem Essen, zum... Also ich trinke pro Tag mehr! Aber ich bin ja auch kein Durchschnittsbürger! Melitta macht Kaffee zum Genuss! Was ist rot? Und schützt vor Parodontose? Tor! Hey Jungs, spülen! Die Mädels kommen gleich! Brrrr, die fettigen Pfannen! Unmöglich! Das wird nix! Klaro! Hier das neue Prilsupra! Jetzt mit mehr PS! PS? Mehr Kraft! Super stark gegen Fett! Das neue Prilsupra hat höchste Fettlösekraft! Es löst Fett und selbst Bratenreste kraftvoller als andere Konzentrate! Prilsupra und das Fett ist weg! Sauber! Mit mehr PS schaffst du das Fett locker! Das neue Prilsupra! Mehr PS gegen Fett! Was ist blau? Und schützt vor Zahnstein Neubildung! Ein Bier? Was für ein Bier? Ein Klaustaler! Wollen wir Klaustaler trinken? Weil wir gern Bier trinken! Deshalb trinken wir gern Klaustaler! Immer? Nicht immer! Nicht immer! Aber immer öfter! Klaustaler! Alles was ein Bier braucht! Das ist Odolmed 3! Die Zahncreme mit der Dreifachprophylaxe! Gegen Karies! Gegen Parodontose! Und gegen Zahnstein Neubildung! Entdecken Sie Odolmed 3! Weiß bedeutet Kariesprophylaxe! Rot bedeutet Parodontoseprophylaxe! Blau bedeutet Prophylaxe gegen Zahnstein Neubildung! Die Dreifachprophylaxe in einer Zahncreme! Odolmed 3! Die Dreifachprophylaxe! Papierkörbe für alle Fälle! Holen Sie sich einen Korb! Am 18. März gibt es einen neuen Bodyguard! Mehr Kraft! Weniger Verbrauch! Der neue Volvo 440 460 Turbo Diesel! Jetzt gibt es den Kontak-Hustentrunk! Neu in Ihrer Apotheke! Willkommen zum nächsten Spiel! Und ich möchte gerne... Gerd! Gerd, bitte! Herzlich Willkommen! Ein traumhaftes Bild! Gerd, ich erkläre Ihnen alles, was Sie brauchen zum Spiel! Zunächst sagt uns bitte der Alif noch was! Diese Runde präsentiert Ihnen Elvis, der aufregende Duft für den Mann, der auch Frauen fasziniert! So Gerd, jetzt gehen wir bitte mal ganz schnell darüber! Sie haben gehört, was der Alif gesagt hat! Von diesem Duft sind Duftwässerchen unter diesen Würfeln! Davon haben wir insgesamt acht! Es gibt Duftwässerchen und es gibt Ereigniskarten! Sie brauchen vier dieser Duftwässerchen! Dann gehört Ihnen das Tor 2! Sie sagen mir einfach immer die Zahl des Würfels, den Sie nehmen wollen! Dann heben wir ihn hoch und wir schauen nach! So einfach! Geht los Gerd! Eins! Ja bitte! Gehen Sie rein an die Eins! Heben Sie es hoch! Setzen Sie es nach hinten! Ist es ein Wässerchen! Ja! Haben wir den ersten! Und jetzt die drei! Gut! Wunderbar! Halt! Halt! Gerd, die ersten beiden habe ich auch so schnell durchgehen lassen! Aber hier müssen wir natürlich jetzt ein bisschen zocken! Nehmen Sie die 6! Nein, ich nehme die 5! Nehmen Sie die 6! Ich nehme die 5! Die 6 bitte! Ich nehme die 5! Und ich sage die 6! Und ich nehme nochmal die 5! Dann nehmen Sie bitte die 5! Gerd, es ist Ihre Verantwortung! Gerd, Sie tauschen jetzt den Platz mit der Nummer 96 und haben dafür einen Song! Und nie vergessen, nehmen Sie die 6 das nächste Mal! Gerd, danke fürs Mitspielen! Die Nummer 96 bitte! Ja! Kommen Sie bitte zu mir! Wir haben 2 Elvis Wässerchen, haben wir schon! Hallo Andy! Das Risiko ist schon minimiert! 2 Wässerchen haben wir schon! Die übernehmen Sie! Sie brauchen noch 2 weitere! 6! 4! Jetzt die 6! Ja! Nehmen Sie die 6! Ne, die 4! Nehmen Sie die 6 ehrlich! 6! Die 6! Nehmen Sie bitte die 6! Ja! Eins brauchen wir noch Andy! Eins brauchen wir noch! Acht! Die 8! Bitte sehr! Halt! Die 7! Andy, nehmen Sie die 7! Sie haben mir einmal geglaubt! Vertrauen Sie mir ein zweites Mal! Die 8! Die 8! Die 8! Die 8! Die 8! Sie trauen mir kein zweites Mal! Ne! Gut! Nehmen Sie die 8! Andy, los! Hoch die 8! Song für die Andy! Ja! Wer mir nicht glaubt! Andy! Tut mir leid! Sie sind so lieb! Und setzen sich! Die Nummer 104, bitte! Die Nummer 104! Die Nummer 104! Die Nummer 104! Ich muss doch kein Zorn. Ne, ich ja auch nicht. Also die vier. Die vier. Ich kann auch dir. Komm, wir nehmen die vier. So, los, nehmen die vier. Nehmen die vier. Nein, keine Angst. So. Margret, jetzt müssen wir natürlich... Au, halt! Ich zeige Ihnen erstmal, was Sie gewinnen können. Tor zwei, bitte auf. Margret, das ist eine stiefvolle Möbelkombination von Biomöbel Genske in Köln. Trotz der avantgardistischen Form ist das exklusive Cheselon äußerst komfortabel. Das hochwertige Leder ist atmungsaktiv und auf das Solideste verarbeitet. Und damit der gemütliche Abend auch perfekt wird, befindet sich an dem verkrumpften Gestell ein schwenkbares Tischchen für Ihre Naschereien. Kombiniert wird dieses raffinierte Liegemöbel durch einen wunderschönen Ledersessel mit Stahlrahmen. Der Gesamtwert 8637 D-Mark. Margret, da müssen wir leider noch hin. Hier müssen wir leider noch hin. Und Sie ziehen sich bitte, ich mache das mal so ein bisschen jetzt so zusammen, bitte eine Ereigniskarte. Die 1. Die 1. Schauen Sie mal da so rüber. Die 1. Sie dürfen wieder gucken. Zeige es Ihnen auch zu Hause. Sie dürfen, wenn Sie wollen, Ihre Wahl rückgängig machen. Was in diesem Fall völlig außer Frage steht. Und damit haben Sie das tolle Sofa und den tollen Sätzen gewonnen. Margret, danke fürs Mitspielen. So, das war diese Karte. Jetzt möchte ich bitte, Dame mit dem türkisfahrenden Pullover Tilly, ja. Die Dame Tilly. Tilly, herzlich willkommen. Wir gehen bitte gleich an diesen wunderbaren Tresen. So einfach ein bisschen durchgehen. Ach, und der Peter ruft, dann soll er doch gleich mitspielen. So, Peter kommt dazu. Die Dame Tilly, der Herr Peter. Und zum Spiel. Tilly, Sie fangen an. Die Spielekiste oder das Tor 1? Spielkiste. Tor 1. Spielkiste. Tor 1. Spielkiste. Tor 1. Wat jeben Sie? Wat jeben Sie? Wofür soll ich denn wat jeben? Für dat Tor 1. Ach, für dat Tor 1 jebe ich wat, ja. Weil in der Spielekiste ist ja der tolle Preis drin. Da jebe ich 500 Mark. Nee, zu wenig. Spielkiste. Oh, Tilly, dat darf doch wohl nit wahr sein. Also gut. Peter. Pssst, pssst, Peter, gleich. Also, 600, 700, 800, 900, sagen Sie irgendwann halt. 1000, 1100, 1200, das sind 1300 Mark, sagen wir. Bin ich stumm, stumm. Wie, stumm? Wo ist denn die Schmerzgrenze ungefähr? Hier. Hier, sag doch mal, Matilly. Wo ungefähr? 2000? 2000? Noch mehr? 22? Noch mehr. Wie wert mit 3? Jo, da können wir mal drüber reden. Nee, aber dat war ne Frage, deswegen. Ne, 3 ist mir zu viel. Also, 2000, wenn Sie Tor 1 nehmen. Sag mal zu ein Haupt. Nee. Nix mehr. Spielekiste. Tor 1, das sie nicht hat. Bitte auf. Ihre neue Snowboard-Ausrüstung von Hokus Pokus hätte sie enorm in Form gehalten. Ein komplettes Burton-Outfit mit Jacke, Hose und vielem mehr wäre mit dabei gewesen. Und wenn es im Schnee richtig heiß hergeht, hätten Sie mit diesem Cumpcorder für scharfe Bilder sorgen können. Schade, schade. Der Wert 5.399 D-Mark. So, wir kommen noch mal ins Spiel. Tilly, Peter, was nehmen wir? Geschenk oder Tresor? Ich nehme das Geschenk. Möchten Sie es nett, charmant oder knallhart? Ach, so mittel durch. Mittel durch. Gut, also, was hätten Sie denn gerne? Das Geschenk oder den Tresor? Beides. Ach so, beides. Ist ja nicht mittel durch, ne? Also, ich nehme das Geschenk. Sie nehmen das Geschenk? Ja, man kann nur sagen, das Geschenk, das sieht so toll aus. Also, da kann man nur das Geschenk nehmen. Und wenn da der Song drin ist, dann hat man wenigstens ein kleines Geschenk. Peter, Sie sind ein wahrer Kandidat für Gehaufs Ganze. Den Tresor bitte auf. Den er nicht hat. Eine erfrischend kreativ gedeckte Tafel hätten Sie mit diesem außergewöhnlichen Besteck erlebt. Aus dem Hause Michelin kommt Rondo, die junge Bestecklinie aus Edelstahl. Das waren 70 Teile, natürlich spülmaschinenfest, im Wert von 580 D-Mark. So, Tilly, wir sind wieder an der Reihe. Die Spielekiste, endgültig jetzt. Oder möchten Sie statt der Spielekiste, ich meine, lange ist es ja noch nicht her, dass wir da mitgespielt haben, gell? Die Spielekiste, das Postpaket. Ach, ich bleibe bei der Spielekiste. Machen wir Folgendes, wenn Sie das Postpaket nehmen, das ist der kleinere Preis, dann hätte ich noch ein bisschen was für Peter da. Nee, ich nehme die Spielekiste. Dann nehmen Sie es ihm aber praktisch weg, das ist Ihnen klar. Oh, der Peter nimmt das Postpaket. Was machen Sie? Ja, Peter heult. Pass, einmal ein bisschen anheulen. Tilly, okay. Tilly, Tilly setzt sich durch, behält die Spielekiste, das Postpaket bitte auf. Das ist Ihnen nicht halt. Mit Ihrem neuen Wilson Tennis Racket wären Sie im Handumdrehen zum Sieger nach Punkten geworden. Leicht stark professionell, ideal für einen schnellen Ballwechsel, der für Sie jetzt leider Theorie bleibt. Der Wert 699 D-Mark. So, bevor wir Ihre Kiste aufmachen, endgültig aufmachen, mache ich jetzt noch eine kleine Runde mit dem Peter. Wir haben ja immer noch das Geschenk und da, wo der Tresor stand, steht jetzt die Bücherkiste. Wir spielen jetzt die Knallharte-Tour. Was Sie sagen gilt, Geschenk oder Bücherkiste? Geschenk, ganz klar. Dann nehmen wir doch nicht die Knallharte, nehmen Sie doch lieber die Bücherkiste. Ich habe doch gesagt, mittel durch Geschenk. Ja, mittel durch ist ja der Preis, der da drin ist. Ich denke, Sie wollen was richtig Anständiges haben und das in der Bücherkiste. Meine Frau ist mit Augen zufrieden. Ja, das ist ja schön. Dann wollen wir, dann wollen wir der Frau von Peter zeigen, der Frau von Peter zeigen, was sie hätte haben können. Dann werden Sie sehen, Ihnen nicht mehr. Das glaube ich nicht, wenn wir jetzt die Kiste aufmachen. Bitte die Bücherkiste auf, die Sie nicht mehr haben. Peter, Ihnen entgehen zwei aufregende Wochen mit SubAqua auf den Bahamas. Zu zweit wären Sie mit LTU ab Düsseldorf nach Miami, dann nach Freeport, Grand Bahama geflogen. Im Atlantic Beach Resort Hotel hätten Sie ein Doppelzimmer mit Frühstück bewohnt. Sie kommen nicht dazu, Golf oder Tennis zu spielen, surfen nicht und verpassen eine Tauchtour in Flippers Welt. Denn auf der Onexo-Tauchbasis wären Sie mit zahmen Delfinen in Kontakt gekommen. Diese Erlebnisreise hatte einen Wert von 9.158 DM. Peter, sitzt Ihre Frau hier irgendwo? Nein. Ist nicht da. Also, wir winken einmal, weil das Ding können Sie mit Sicherheit heute Abend abstreichen. Aber ganz gewiss. Und jetzt schauen Sie bitte hin. Auch die Frau von Peter. Sei gegrüßt von hier. Das ist das, was er mit nach Hause bringt, der Peter. Geschenk, bitte auf. Ob Spaghetti, Pizza, Grissini oder Plätzchen, das alles zaubert er Ihnen auf den Tisch. Der Pastamatik MX700 von Siemark. Mit den 17 ausdischbaren Schablonen können Sie sich ganz nach Belieben die leckersten Teiggerichte selbst herstellen. Eine kleine raffinierte Küchenfee im Wert von 529 DM. So, Tilly, wir öffnen die Spielekiste und schauen ganz gebannt auf die Spielekiste und stellen uns vor, da kommt jetzt ein kleines Vögelchen raus. Tilly, das ist ein Wahnsinns-Kameraset von Nikon. Die neue Dual-Autofokus-Kamera arbeitet mit kreativer Intelligenz. Und damit gelingen Ihnen wunderschöne Aufnahmen ganz mühelos. Sie müssen nur im richtigen Moment abdrücken. Zu dem Superset gehören außerdem Kuhlmann-Stativ und Panoramakopf, 10er-Filmpack und verschiedene Objektive. Alles im stabilen Remover-Ultralight-Koffer. Der Gesamtwert 8790 DM. So, wir müssen den letzten Akt noch vollziehen. Tilly, Sie bestimmen, wer fängt an? Zwei. Die zwei. Und Sie schließen bitte die Augen. Ich spreche schon. Sie schließen bitte die Augen. Und hören nur, Sie zu Hause und hier im Studio, reagieren Sie, wie das Schild es Ihnen zeigt. Das bekommt Sie dazu. Tilly, Sie haben den Fotoapparat und 5000 DM. Hei, 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 um, da muss ich mal kurz abtauchen. Gut, gut. Gratuliere. Schön. So, Tilly, es wird gleich ausgezahlt. 2000, 3000. Tilly, 5000 DM. Nehmen Sie das Geld, Tilly. Und die Kamera dazu. So, Sie bleiben aber bitte noch bei uns, weil jetzt wollen wir natürlich sehen, was der Peter noch macht. 3, 7, 6 und 8. Ja, also ich habe immer mit der 9 Glück, schein, dass die nicht dabei ist, aber die Tilly hat 2 genommen und dann nehme ich die 7, das passt ja dann auch mit der 9. Ja, ist in Ordnung. 3 mal 7 sind 21, geteilt durch 3 sind 7, plus 2 sind 9, weniger 1 sind 8. Und dann ist das immer donnerstags? Genau. 17.25. Sind 34. Alles klar, was nehmen wir? Ich habe schon immer schnell lesen können. 3, 7, 6, 8, 8, 6, 7, 3. Die 7. Wir nehmen die 7. Schauen wir uns zuerst an, Tilly. Sie müssen um Ihren Preis, diesen Wahnsinnspreis, nachher in einer Extrarunde nochmal kämpfen. Nehmen Sie als Andenken bis dahin diese Karte. Peter, wir sehen uns gleich und Tilly, Ihnen viel Spaß beim Geld ausgeben und Ihnen viel Spaß, wenn wir gleich wieder da sind. Wenn dich der Hunger packt. Snickers. Mit knackig gerösteten Erdnüssen, richtig herzhaft im Geschmack. Snickers, wenn dich der Hunger packt. Wir haben uns die Eurocard besorgt, weil wir unsere schönste Reise nochmal machen. Unsere Hochzeitsreise. Zwei von über 70.000 neuen jeden Monat. Eurocard, Deutschlands meiste Kreditkarte. Psst, um die Gunst eures Frauchens zu erobern, müsst ihr schon ein paar Opfer bringen. Zum Beispiel immer in ihrer Nähe sein, damit sie sich sicher fühlt. Oder sie begleiten. Am besten überall hin. Doch wenn's ums Essen geht, dürft ihr keine Kompromisse machen. Da müsst ihr auf dem auserlesenen Geschmack von Gourmet bestehen. Drei Sterne für vier Pfötchen. Genuss von Kopf bis Fuß. Vitalis. Neu von Dr. Oetker. Denn Qualität ist das beste Rezept. Beschwingt Dr. Kochs Trink 10. Juhu. Total gut drauf. Hallo Sie. Juhu. Aha. Plus 10 Vitamine für vollen Elan. Und Sie. Juhu. Die reinste Lebensfreude. Dr. Kochs. Der Saft mit dem Schwung. Da kommen Sie auch noch drauf. Juhu. Das ist Harry Richter. Richter. Er richtet gerade über alles, was scharf ist. Doch nichts ist ihm scharf genug. Da empfehlen wir ihm einen Blick auf die neue, super scharfe, super flache Grundig-Megatron-Bildröhre. Make made for you. Ha, schärfer geht's nicht, Harry. Das schmeckt so famos und ist riesig und groß. Super Dickmann. Mann, das ist Dickmann. Was ist super und frisch und muss sofort auf den Tisch. Super Dickmann. Mann, das ist der Dickmann. Welcher Spaß ist so herrlich, welche Küsse so ehrlich. Super Dickmann. Mann, das ist der Dickmann. Auch ein wirksames Fleckenmittel, aber unseres ist preiswerter. Dr. Beckmann, das Mittel zum Fleck. Entdecken Sie wieder, wie einfach natürlich Kellogg's Cornflakes im Geschmack sind. Und gewinnen Sie einen Urlaub für vier mit Wohnmobil in die USA. Schreiben Sie uns bis 15. April 24. Kellogg's Cornflakes sind einfach natürlich im Geschmack. Es ist dann, das neue Valensina Vital. Es hat mehr als Vitamin C. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt eine ausgewogene Ernährung mit genügend Vitaminen und Mineralien. Vitamin C ist wichtig, doch Valensina Vital kann deutlich mehr zur gesunden Ernährung beitragen. Mit Calcium für starke Knochen und Zähne. Vitamin B6 und B1 für Muckis und Nerven. Und Vitamin C und E für starke Abwehrkräfte. Das neue Valensina Vital. Nicht nur gesund, sondern vital. Vitamin C und E für starke Abwehrkräfte. So, bitte mitkommen. Darf ich mal hier rein, bitte? Hier rein, hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier rein. Hier. Vigi. Vigi. Kommen Sie bitte mit. Vigi. Vigi, Sie sind so lieb und setzen sich einfach da auf die Stufe. Einfach, einfach hinsetzen und dazu nehmen wir, haben ja so viele Herren heute, die Dani noch dazu. Ich darf mich schon mal setzen, Dani. Ist ein bisschen unhöflich, aber praktisch. Naja, das brauchst du nicht mehr zu rutschen, Vigi. Du bist auch dicke, ja? Ja. Aber sonst bin ich ganz nett. Das weiß ich. Sonst hätte ich dich ja nicht genommen, oder? Mich hat keiner genommen. Dann bin ich doch wohl da durch. Ja. Danke. Können wir da später drüber reden? Wollen ein bisschen spielen? Okay. Okay. Herzlich willkommen, Vigi. Herzlich willkommen, Dani. Und es geht los. Zahl zwischen eins und zehn. 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 Zwischen eins und zehn. Sechs. Sechs. Sag Contra. Sag Contra. Contra. Ja, ist zwölf. Hast gewonnen. Piratenkiste oder Zirkus? Ich würde mich für den Zirkus entscheiden. Ja, wunderbar. Dann bekommst du den Zirkus und wir machen für die Dani jetzt bitte die Piratenkiste auf. Dani, Sie starten zu zweit von einem deutschen Flughafen aus nach Indonesien. Vladi Private Islands Hamburg, weltweiter Reisedienst und verkauft private Inseln, lädt Sie für zwei Wochen auf die traumhaft schöne Insel Pulau ein. Nach Ihrer ersten Übernachtung in Jakarta verbringen Sie die nächsten 13 Tage mit Heilpension in Ihrem eigenen Bungalow. Sie baden im tropisch warmen Wasser, fischen, treiben Sport oder legen sich an den weißen Strand in die Sonne. Sie starten in einen Bilderbuchurlaub im Wert von 9579 D-Mark. Dani, noch haben wir nicht sicher, ne? Weil noch müssen wir eine Ereigniskarte ziehen. Noch hat die Vigi ihre Chance. Und Vigi, das ist fast genauso viel wert. Zirkus, bitte auf. Fahren Sie auf die Bretter ab, die die Welt bedeuten. Ihre Hedge-Ski-Ausrüstung mit Tirolia-Bindung bringt Sie nicht nur gut durch den Winter, sondern auch sicher ins Ziel. Spuren Sie los mit dem dreiteiligen Set im Wert von 1078 D-Mark. So, und jetzt müsst ihr beide euch einig sein. Das wird jetzt das Schwierigste unterfangen. Wollt ihr bei den Preisen, also einmal Indonesien, einmal die tolle Skiausrüstung, bleiben oder das Tor 1. Aber ihr müsst euch einig sein. Dani, fängt an. Ich bleib dabei. Wobei? Ja, bei der Reise. Bei der Reise, ne? Und? Beim Ski bleiben oder lieber Tor 1? Ich möchte lieber Tor 1. Ja, ist klar. Was machen wir jetzt? Ihr müsst euch einigen, ne? Das ist das Problem. Versuch mal, versuchst du mal rüber zu kriegen, dass du Tor 1 nehmt. Mach mal. Meinst du nicht, wir sollten Tor 1 nehmen? Eine Überraschung ist doch immer drin. Dann lassen wir das Schwierig doch eingehen. Ja? Ja, ja. So ein. Dani. Danke. Also, ich muss hier, Vicky, Sie müssen, Sie müssen jetzt verständlich, ich muss hier, weil sie hat sich natürlich jetzt nicht getraut, ne? Ich muss hier jetzt wieder den Rücken stark machen, so, mach mal so, beide, ne? So, zacka. So, wenn Sie wollen, sagen Sie, ich bleib bei der Indonesienreise, weil ich mach das einem Vicky schon irgendwie wieder gut. Sie können dabei bleiben. Na gut, dann bleib ich dabei. Gut, Vicky, verlassen Sie sich auf mich. Verlassen Sie sich auf mich. Tor 1, bitte auf. Auch wenn Sie schon immer einen Lada Samara Fresh haben wollten, diese dreitürige Limousine mit Cut, Grundigradio, Türboxen, Antenne, Glas Hubdach und Sonderdekor können Sie sich jetzt nur noch selber kaufen, der Wert 15.935 D-Mark. So, schade eigentlich, ich hab's gehört, da hat jemand gerufen, ich hab's gehahnt, ich hab's gehahnt. So, jetzt die Indonesienreise gegen diesen bunten Würfel, ja oder nein? Nein. Ganz sicher? Ja. Ganz sicher? Ich meine, wenn schon beim Tor 1 jemand gerufen hat, ich hab's geahnt, dann könnte man natürlich auch ahnen, dass da das Auto noch mal drin ist. Ja. Ja, gut, ich nehm den Würfel. Dani nimmt den Würfel. Ja! Dani, sind Sie eine gute Verliererin? Nein. Dani sagt, sie sei keine gute Verliererin, dann nehmen Sie nicht den Würfel. Was Sie sagen gilt, Würfel oder Indonesien? Würfel! Reise! Sie bleibt bei der Reise, Würfel bitte auf. Jetzt wäre eine neue Zeitrechnung für Sie angebrochen, mit dieser eleganten Armbanduhr von M&M Swiss Made. Mit dem Uhrwerk unter Glas kann man der Technik auf den Grund sehen, gewinnt Einblicke von beiden Seiten und kein Zahnrad liegt mehr in Verborgenen. Das mechanische Uhrwerk garantiert Präzision und Sie hätten es sogar beobachten können. Schweizer Qualität im Wert von 595 D-Mark. Die Reise aber noch ne Karte ziehen, nicht vergessen. Biggie, Biggie, bleiben wir bei der Skiausrüstung oder nehmen wir das Fragezeichen? Was nehmen wir denn da? Fragezeichen! Also ich denke mir, wenn mein enormes Körpergewicht wäre eine Skiausrüstung... Oh, würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen. Ich könnte natürlich meine Funde abtrainieren. Das ist ja ein Stretchstoff, den wir da haben. Der dehnt sich. Da wir aber ja noch irgendwo einen schlechten Preis haben müssen... Na? Endgültig? Ich nehme die Skiausrüstung. Nö. 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 Biggie, ehrlich? Fragezeichen. Das ist Fragezeichen. Also Skiausrüstung weg, Fragezeichen für Biggie, bitte auf. Biggie, wir haben es mitgekriegt, ne? Das Auto. Und jetzt gehen wir alle drei nach vorne hin. Biggie kommt mit und Sie kommen mit. Ja, jetzt, Sie hat es im ersten Moment gar nicht mitbekommen, dass es das Auto ist. Aber jetzt geht's los. Sie haben angefangen, Biggie. Sage ich, jetzt darf Dani anfangen, die Ereigniskarte. Drei, sechs oder acht? Sechs. Sechs, nehmen Sie die acht. Ja gut, nehmen Sie ja. Dani, endgültig? Ja, ne, jetzt habe ich so viel geholfen, können wir auch mal was riskieren. Nehmen die acht. Und Sie sind die zweite Kandidatin in einem Geschicklichkeitsspiel, das ich mit Ihnen noch spiele. Sie nehmen bitte diese Karte, setzen sich hin. Sie müssen um Ihre Reise, und das ist ja nur fair, noch einmal kämpfen. Wir sehen uns gleich wieder, Dani. So, und jetzt Biggie. Das Auto und eine Risikokarte. Wir drücken die Daumen. Ich nehme die sechs. Sie nimmt die sechs. Sie nimmt die sechs. Sie nimmt die sechs. Biggie, ich sehe es Ihnen an. Sie sind stark, so stark, wie noch nie ein Kandidat vor Ihnen war. Sie tun jetzt bitte nur das, was ich Ihnen sage. Sie stellen sich bitte hier hin. Gehen jetzt bitte die Treppe hoch. Die Treppe bitte hoch. In die dritte Terrassenreihe. Ich führe Sie. Noch etwas höher. Noch etwas höher. Jetzt biegen Sie bitte rechts ab. Gehen noch, ja da rein. Gehen zu der Dame in der roten Brille. Das ist der vierte Platz. Drehen die Dame zu uns. Die Dame steht bitte auf. Sie lächeln die Dame bitte an und sagen ihr, das Auto gehört jetzt dir. Ja, ja, Biggie, leider nein. Biggie, Sie haben soeben das Auto verschenkt. Ja, Biggie, Biggie, Biggie. Was hat Sie mitgemacht? Was hat Sie geliebt? Nein, Sie haben es nicht verdient. Sie waren so traumhaft. Es tut mir wirklich richtig weh. So sehr es Sie mich auch freut für die andere Dame. Aber Biggie, außer Ihnen hätte dieses Kunststück mit so einem charmenten Lächeln niemand fertig gebracht. Aber das ist die höllische Spielregel beim Zonkopoli. Biggie, danke Ihnen fürs Mitspielen. Super gespielt und wir sehen uns gleich wieder. Wie könnte ich den kleinen Michael vergessen? Der kam ja jede Woche. Und jedes Mal sagte er mit leuchtenden Augen... Stock Riesen bitte, Frau Lange. Einen Stock Riesen musste ich ihm immer sofort geben. Die anderen in die Tüte packen. Jetzt gibt es Stock Schokoladen Riesen. Mit viel kräftiger Schokolade. Einfach riesig schokoladig. So richtig was für Michael. Stock Schokoladen Riesen bitte, Frau Lange. Und den allerersten, den isst er immer noch sofort. Stock Schokoladen Riesen. Wirklich riesig schokoladig. Schönheit heißt für mich vor allem schönes Haar. Und meine Schönheitspflege heißt El Vital. Das neue El Vital von L'Oreal. Jetzt noch milder und pflegender. Für jeden Haartyp. El Vital Pflegeschampoos und Spülungen. Noch mehr Aufbauwirkung mit Repair-Protein. Noch mehr Geschmeidigkeit mit Massoja-Balsam. Kraft und Schwung mit Ginkgo. Einfach schöneres Haar. Mit dem neuen El Vital von L'Oreal. Wirksam und schonend. Und jeden Tag. Du, ich komm nicht mit. Angst. Ach was, aber wenn mein Durchfall wiederkommt. Du hast doch Imodium akut genommen. Aber nur zwei Kapseln. Na prima, komm. Statt wieder und wieder und wieder irgendwas zu nehmen, stoppt Imodium akut Durchfall oft schon mit der ersten Einnahme von zwei Kapseln. Sollen wir wieder zurück? Nö, ich will noch nach Australien. Imodium akut. Nehmen und gut. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Genießer haben ein sahniges Ziel. Mousse und Weincreme schmeckt unwiderstehlich sahnig. Mh, mit Sahnehäubchen. Mein liebes Doktor Utka. Pushkin, der Bär im Mann. Nina? Ist was? Ja, der neue Nachbar stellt sich gerade vor. Hi. Ah, wie nett. Er will uns was anbieten. Äh, wie wir's mit dem Schokoriegel. Schokoriegel? Moment. Voila. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Köstlich. Und so lang. Mhm. Und dazu ein Espresso. Och. Auf den Kopf gefallen ist er ja nicht. Duplo. Nun, für die einen ist es Duplo, für die anderen die längste Praline der Welt. Oder? Jetzt Odol mit Anti-Plak 3. Die Dreifach-Prophylaxe. Erstens gegen Karies, zweitens gegen Parodontose und drittens gegen Zahnbelag. Odol mit Anti-Plak 3. Die Dreifach-Prophylaxe. Denn es ist wirksam gegen Plak. Zwölf Stunden lang. Wozu eine Tagespflege, wenn Ihre Haut sie schlecht aufnimmt? Ich habe die einzigartige Wirkung einer Tagespflege entdeckt, die meine Haut perfekt aufnimmt. Synergie Essentiel Jour. Die neue, umfassende Tagespflege von Laboratoire Garnier. Ihre pflanzlichen Liposome verteilen sich natürlich in Ihrer Haut und werden perfekt aufgenommen. Synergie Essentiel Jour. Mehr Feuchtigkeit, mehr Nährstoffe, mehr Schutz. Mit Synergie ist meine Haut strahlend schön. Synergie Essentiel Jour. Tagespflege mit pflanzlichen Liposomen. Mit der Garantie von Laboratoire Garnier Paris. Ist was? Amol? Echt stark. Amol. Hals- und Hustenpastillen. Kaffeepause. Oh? Ist noch wirksam. Odol mit Anti-Plak 3. Ist wirksam gegen Plak. Zwölf Stunden lang. Augen zu, Mund auf. Und? Wie schmeckt's? Hm. Süß. Erfrischend. Sungold. California Prunes. Sehen Sie die natürlichsten Farben in Ihrer ganzen Schönheit. Farbbrillianz in Perfektion. Die neuen erstaunlichen Fernseher von Telefunken. Mit der superflachen Bildröhre Black Diva. Telefunken. Einfach eine gute Idee. Milka-Tender, mein neuer Kuchen. Grüß dich. Grüß dich. Was ist denn das? Was Neues. Und was? Ganz lokeres, feines Biskuit mit Haselnusscreme. Und zarte Alpenmischschokolade. Na, mag's kosten? Mh, ein Kuchen von Milka? Besser könnte ich's auch nicht machen. Tender. Milka hat jetzt Kuchen, den müssen Sie versuchen. Jetzt gibt es den Kontak-Hustentrunk. Neu in Ihrer Apotheke. Exquisa Frischkäse. Also für mich zählt seine sahnige Frische. Unbeschreiblich sahnig. Wie soll man Harry denn die Nacht überstehen bei der Erkältung? Na und ich erst. Einer. Medizin gegen den Schöpfen. Und gegen Husten. Und, äh. Und gegen Kopfengliederschmerzen. Wie? Nur eine Medizin? Vic was? Vicmedinite. Die Husten, Schnupfen, Kopf, Hals und Gliederschmerzenmedizin. Aha. Für erholsamen Schlaf. Das ist es doch, Harry. Vicmedinite. Lindert die schlimmsten Erkältungsbeschwerden. Gute Nacht. Und ihr Körper erholt sich im Schlaf. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Zweite Warnstreikwelle der ÖTV. 150.000 macht mit und zum ersten Mal dabei Angestellte und Arbeiter in den neuen Ländern. Sägt der Osten am eigenen Ast. Die Titelfrage heute im Sat.1 News Magazin. Außerdem. Märzschnee blickt den Norden lahm. Und nach der NATO jetzt Jelzin. Der Druck auf die Serben wächst. News Magazin. 19 Uhr. Bis gleich. So, es folgt der heiße Kampf um die Pasta-Maschine. Peter und Dani, wenn Sie bitte mal aufstehen. Wir treffen uns da unten an der Treppe. Kommen Sie bitte noch mal mit, Peter. Und der heiße Kampf um die Indonesienreise. So, wir gehen bitte gleich alle hinter diesen Tresen. Ich darf mal vorgehen. So, Sie kommen bitte an meine Seite. Ich erkläre Ihnen das Spiel. Sie müssen jetzt gemeinsam Untertassen und Tassen stapeln. Untertasse, Tasse, Untertasse, Tasse. Jeweils zwölf. Dafür haben Sie 45 Sekunden Zeit. Am Ende muss dieser Turm drei Sekunden stehen. Wenn er das tut, fahren Sie nach Indonesien. Und Peter kann Pasta machen. Wenn es Ihnen nicht gelingt, ist Pasta weg, ist Indonesien weg. Wer baut hoch und wer reicht so ein bisschen an und gleicht immer aus? Willst du die Indonesienreise gewinnen? Na, siehst du, dann stapeln wir doch jetzt. Alles klar. Also, Dani stapelt. Peter geht vielleicht auf die andere Seite. Hilft ihr so ein bisschen? Ich stelle schon mal eins hin. Wie ihr euch jetzt arrangiert? Ja, okay. Lasst euch noch ein bisschen Zeit. Peter macht das. Genau. Und dann Pasta weg. Und beide fliegen nach Indonesien. Die Zeit läuft jetzt. Was man für eine Pastamaschine nicht alles tut. Ei, ei, ei. Hey. Der kommt gut. Super, ja, Dani, tollen Urlaub, den Sie ja letztendlich ganz klar dem Peter zu verdanken haben, Peter, bei Ihnen zu Hause gibt es jetzt tolle Pasta. Das macht nichts, aber wenn ich noch einen Ton sagen darf, ich liebe meine Frau sehr, vor Ihnen hat sich das vielleicht so angehört, als wäre sie mit allem zufrieden, aber ich liebe meine Frau sehr. Peter, kann Sie ja nicht mit allem zufrieden sein, weil sie hat ja Sie, aber ein wahnsinnig tolles Kompliment und jetzt das Tor 2, bitte auch für den Superdeal heute. Dieses Auto heißt Sirena 1,6 SLX, kommt von Nissan und wird Ihnen alle Vorzüge einer Multi-Limousine bieten. Dieser Viertürer der höheren Art ist zweifarbig lackiert und hat einen variabel nutzbaren Innenraum, der einfach viel wegsteckt. Aus ihm haben Sie den totalen Überblick. Er bietet bis zu sechs Personen locker Platz und hat den Wert von 38.270 D-Mark. Peter, vielleicht mit Pasta in den Big Deal und den Super Deal. Ich sage danke fürs Mitspielen, ihr wart einfach toll. Beiden danke und bis gleich. Ich liebe meinen Beruf, das sollen auch meine Gäste spüren. Deshalb ist es mir wichtig, dass alles Pico Bello ist. Und wenn es so richtig rund geht, da muss jeder Handgriff sitzen. Da lassen sich natürlich auch Fett- und Soßenflecken nicht vermeiden. Nach dem Waschen zeigt sich, ob man sich auf sein Waschmittel verlassen kann. Früher habe ich ja leider immer mal wieder schlechte Erfahrungen mit Restflecken gemacht. Doch das ist vorbei, seit ich meine Wäsche mit Ariel Ultra wasche. Bei schwierigen Fettflecken sah es mit manch anderem Waschmittel schon mal so aus. Jetzt mit Ariel Ultra perfekte Reinheit dank Fett- und Öllöseformel. Das freut mich und meine Gäste. Es heißt ja nicht umsonst, das Auge ist mit. Ariel wäscht nicht nur sauber, sondern perfekt rein. Denn schließlich wollen wir unseren Gästen nur das Beste bieten. Nasivin. Nasivin gegen Schnupfen. In ihrer Apotheke. Bloß keine Klümpchen. Zum Binden nehme ich Mondamin-Fix-Soßenbinder, sag ich. Ein streuen, aufkochen, fertig. Sagt er, perfekt meine Soße. Du hast den Bogen raus. Mit Mondamin. Katzen lieben Sauberkeit. Deshalb lieben sie Katzahn. Denn die Katzahnhygienekörnchen saugen Flüssigkeit auf wie ein Schwamm. Und binden so unangenehmen Geruch. Viele Tage lang. Katzahn saugt auf, bevor Geruch entsteht. Da fühlen sich Katzen rundum wohl. Die Sonne. Durch sie entsteht in Pflanzen lebenswichtige Dextrose. Dextrosemangel merken wir an Konzentrations- und Leistungsschwächen. Dextroenergien ist Dextrose und geht sofort ins Blut. Für neue Energie im Beruf, in der Schule, unterwegs, beim Sport. Dextroenergien. Mehr Leistung. Mehr Erfolg. Wenn Sie zu vielmann gehen und sagen, Sie möchten gern eine schicke und modische Brille haben, dann wird man Ihnen vielleicht diese zeigen. Oder diese. Vielleicht auch diese. Oder diese hier. Und dann fragen Sie nach dem Preis und wundern sich. Denn Sie müssen nicht ein Pfennig dazu bezahlen. Einfach auf Rezept. Tja, das ist der Nulltarif bei Vielmann. Mensch, in den könnte ich mich zerknallen. Okay. Kannst du haben. Hey, eure Ton. Ganz alter Trick aus dem Film. Die wollen es bloß kennenlernen. Wie wär's mit einem Bonbon? Wir haben heute was ganz anderes. Kinder-Schokobons sind anders. Kleine Schokoportionen mit Haselnussstückchen und den besten aus einem Viertelliter Milch. In jeder Tüte. Kleine Extraportion Milch. Die schmelzen ja im Mund. Ja, dann müssen sich einige Herren ganz schön anstrengen. Vor allem Bonbon-mäßig. Kinder-Schokobons für die jungen Leute von heute. Oh, Bratkartoffeln selbst gemacht? Ja klar, von Fanny. Bratkartoffeln wie selbst gemacht. Freu dich auf Fanny. Natree macht das süße Leben leichter. Sie haben es sich verdient. Tui. Schöne Ferien. Mh, Bratkartoffeln selbst gemacht? Ja, von Fanny. Bratkartoffeln wie selbst gemacht. Freu dich auf Fanny. Ein Fall für Larelin. Hier. Die beliebte Brausetablette gegen Husten. Das Larelin-Husten-Heißgetränk. Ah, tut das gut. Tja, heißes hilft am besten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dieser Job ist ziemlich hart. Ich brauch ne frische WC-Frisch, 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 das ist dein ohne Toilette. Ne dauerfrische Tag für Tag. Der WC-Frisch-Duftspüler. Frisch, frischer, WC-Frisch. Kontrollierter Pfanneanbau. Mh, für Bratkartoffeln wie selbst gemacht. Freu dich auf Pfanne. Volkswagen. Da weiß man, was man hat. Für meine Dritten war der Tagesausflug ein echter Härtetest. Den ganzen Tag gutes Essen, aber die Zweifel halten die? Ja, denn diesmal nimmt er die Blenderdent Superhaftcreme für einen längeren, stärkeren Biss. Hm, da konnte ich sogar abends noch kräftig zulangen. Blenderdent Superhaftcreme. Einfach länger den stärkeren Biss. Wo speisen Sie nur mit Menschen, die Sie wirklich mögen? Bei Ihnen zu Hause. In Ihrem Eraskoron. Erasko. Oh, Dool! Nice! Oh, Dool Nice. Kühl wie Eis. Atemfrisch mit einem Nice. Nice! Oh, Dool Nice. Kaukommi ohne Zucker. 3, 2, 1. Schon probiert? Der neue Obstgarten-Joghurt-Genuss. Sein köstlicher, cremig-frischer Joghurt. Und seine feinen Früchte lassen für Genießer eigentlich nur eine Frage offen. Schon den Joghurt probiert? Gleich nach dem Quark. Neu. Obstgarten jetzt auch als Joghurt-Genuss. Schon probiert? In Spanien wird wieder Paella gewurzelt. Da heißt's Doppelspülen. Angebranntes Fett innen und außen. Diesmal ist Villa Bajo schlauer mit Ferry Ultra. Aber Villa Riba hat jetzt ein Geheimprodukt. Mit Ferry Ultra geht's innen ganz leicht, doch außen wird länger geschrubbt. Und mit dem neuen Geheimprodukt, da geht's mit einem Wisch noch schneller. Und das Ergebnis? Nur Villa Riba hat die Rückseite schon blitzsauber. Das Geheimnis Ferry Ultra Plus mit noch mehr Fettlösekraft. Da feiert Villa Riba. Das neue Ferry Ultra Plus. Dermatologisch getestet, selbst für empfindliche Haut. Ferry Ultra Plus. Das Wunder der Wunder gegen Fett. Wir haben mitgelitten, als die Biggie ihr Auto abgeben musste. Aber wir freuen uns natürlich auch, dass die Janet es jetzt hat. Und ich würde mich noch mehr freuen, Sie würden es setzen. Nein. Gute Fahrt, Janett, mit dem neuen Auto. Tilly, Kamera und 5.000 Mark. Nein. Na logisch, ne? Behalten wir. Dani, Indonesien. Ja. Setzen? Nein. Behalten, na fliegen. Margret, das tolle Sofa, 9.000 Mark. Ja. Margret setzt das Sofa. Margret. Bevor wir zum Big Deal kommen, muss ich noch eins. Sigrid, sind Sie so lieb, komm gerade zu mir. Ich will Ihnen ganz schnell noch, bevor ich mich dann der Margret endgültig widme, so das kleine Präsent, was wir für Sie noch hier reingepackt haben, zeigen. Sie sind die zweite Big Deal-Kandidatin heute. Herzlich willkommen. Das heißt aber, Sigrid, die Margret darf anfangen, ne? Weil sie ja sozusagen die eigentliche ist und Sie treffen die zweite. Walden und Margret fängt an und sagt mir, Tor 1 oder Tor 2 oder Tor 3. Tor 3. Tor 3. Und Sie? Tor 1. Tor 1. Tor 2, bitte auf. Surfen ist ein toller Sport. Vorausgesetzt, man hat eine komplette Surfausrüstung von Fanatic. Sebermed hätte Ihnen gerne diese exklusive Ausstattung mit auf den Weg gegeben. Denn Fitness und medizinische Hautpflege mit pH-Wert 5,5 liegen durchaus auf einer Welle. Jetzt fällt für Sie ein super Gewinn ins Wasser. Der Wert? 3.000 D-Mark. Überraschungspreise leider weg, aber das Tor 1 hatten Sie, glaube ich, mit Sigrid, ne? Tor 1, bitte für die Sigrid auf. Sigrid, es war ein langes Geheimnis, aber ein kleines, schönes Geheimnis. Ein Song, bitte, für die Sigrid. Sigrid, ein kleines und ich hoffe, nettes Andenken an uns. Danke, Sigrid, fürs Mitspielen. Sie sind so lieb und setzen sich und Margret hat das Tor 3. Bitte auf. Margret, das Geld behalten oder nochmal setzen im Superdeal. Ich zeige Ihnen den und dann entscheiden Sie sich bitte auf. Margret, diese Multi-Limousine der höheren Art hat einen variabel nutzbaren Innenraum, viel Platz für sechs Personen und kann ab heute Ihnen gehören. Der Wert 38.270 D-Mark. Margret, Ihre Entscheidung. Das Geld oder nochmal setzen? Setzen! Wir setzen! Wir setzen! Margret, toi, toi, toi! Welcher Umschlag? Ich nehme den Ball. Wir nehmen den Ball. Margret. Margret. Nein! Margret, nein! Komm, Sie, haken Sie sich ein. Haken Sie sich ein. Schauen Sie, ich zeige es Ihnen selbst. Sie haben leider das Auto gewonnen. Hey, mein Mikro ist kaputt. Was ist es? Wieder geht's. Morgen. Wir gehen zusammen zum Auto rüber. Ich sage Ihnen im Studio, danke, dass Sie hier waren. Ihnen zu Hause auch. Einen schönen Abend noch. Jetzt geht's wieder. Nicht vergessen, wir sehen uns wieder. Ich sage Ihnen im Studio, danke, dass Sie hier waren. Ich sage Ihnen im Studio, danke, dass Sie hier waren.